Mein Name ist Ingo Brüters. Ich bin seit 2007 bei Austrian Airlines. Seit 2018 bin ich beim Projekt OPS Performance 2020. Ich bin dort Projektleiter für das Projekt OPS Data Warehouse. Also das Programm OPS Performance 2020 steht für eine Verbesserung der Pfündlichkeit und der Zuverlässigkeit unseres Flugbetriebes. Die IT unterstützt die Operation, in der Hinsicht, dass wir Datenquellen identifizieren und diese Daten dann so aufbereiten, dass dann der Fachbereich dementsprechend diese Kennzahlen auch für sich nutzen kann. Wir kombinieren Daten aus der Technik, aus dem Flugbetrieb, aus der Meteorologie, stellen Sachen dar, wie viele Leute kommen am Tag an, wie ist die Hotelverfügbarkeit, wie ist der Zustand der Flotte und diese Sachen werden kombiniert, um praktisch eine Prognose zu erstellen, wie in den nächsten 48 Stunden unsere Operation ablaufen wird. Also Maßnahmen, die wir treffen können, ist eine Aufstockung des Personals am Flughafen und auch auf der Sicherheitskontrolle, um die Wartezeiten zu verkürzen und sicherzustellen, dass die Passagiere ihre Anschlussflüge bekommen. Hangel Macht des Gesichts! Man какие? Hitat dir What? Willst du da rein? Vielen Dank.